und damit herzlich willkommen in diesem video ich habe wie immer wenn man youtube video raushaue was tolles dabei und zwar ein 24 70 g master und zwar das update also sprich die zweite version das gucken wir uns heute zusammen an mit anna denn ich bin so vielleicht der technik typ aber wir wollen ja auch noch so ein bisschen was aus der praxis wissen zum objektiv und wir probieren das heute zusammen aus an erkennen ja schon denke ich mal wenn jetzt noch mal in einem satz wer bist du was machst du ja ich heiße anna huber ich bin fotografen hauptsächlich familien und hochzeiten und ihr seid heute hier in meinem studio und dachboden und ich bin gespannt was das objektiv hergibt genau was nebenbei also damit dass man da sein dürfe aber es nebenbei echt cool ist also so ein studio hätte ich auch gern hätte ich auch gern ich überreiche dir dankeschön bis gleich ja dankeschön ich bin gespannt man muss sich mal überlegen das erste sony 24 70 g master kam 2016 16 auf dem markt 2016 das jahr in dem donald trump zum präsident gewählt wurde und es war noch zwei jahre vor dem das kennen als quer vergleich die eos er rausgebracht hat nur bis mal einzuordnen als schon echt verdammt lang her dementsprechend war es jetzt vielleicht nicht überraschend aber haben wir jetzt 24 70 g master 2 also quasi das update wobei ich glaube wenn ich update sagen würde dann haut mich sony denn eigentlich ist alles neu das sagt natürlich jetzt irgendwie wieder jeder ist es man könnte jetzt platz sagen kleiner leichter schneller schärfer um es vielleicht mal ein paar punkte zu würdigen und es gibt ich würde sage offensichtlichere punkte und es gibt so nicht offensichtliche um jetzt mal ein paar anzureißen haben wir unter anderem vier xt linearmotoren so muss ich mal überlegen wo wir mittlerweile sind so vier xt linearmotoren sorgt dafür dass das autofokussystem wahnsinnig schnell arbeitet warum ist es wichtig naja man will auch eine gewisse art und weise in die zukunft denke und die kameras werde immer leistungsfähiger was diese ganze tracking sache angeht nicht nur bei menschen auch bei tiere mittlerweile bei vögeln und in zukunft vielleicht auch bei wale ich weiß es nicht also egal ihr wisst schon was ich meine so es wird immer komplexer dementsprechend muss objektiv auch diese ansprüche genügend nur in fotografie sondern mittlerweile auch im video bereich wenn man gleich bei video bleibe dann spricht sony auch von weniger focus breathing also sprich wenn man die fokus ebene verschiebt ändert sich kein bildwinkel oder jedenfalls weniger was bei video eigentlich angenehm ist wenn man so focus pull also von vorne nach hinten zum beispiel macht dann bleibt das bild in sich gleich klingt vielleicht komisch aber die video leute werdet schätze genauso auch wie dass man die blende klicke kann also sprich am objektiv selber also ganz manuell verstelle wie auch stuflos über über taste so wie es halt einfach habe will was ich interessant finde und es ist jetzt vielleicht nicht so offensichtlich aber die focus distanz hat sich enorm geändert also sprich die mensch einstellen grenze im wort habe ich vergessen wie es noch mal heißt also wie nah ich mit dem objektiv an mein objekt dran kommen sind von pi mal daumen 40 cm auf 20 cm geschrumpft also nagel mich nicht drauf fest aber es geht sehr nah und persönlich finde ich sowas cool weil es dir einfach viel mehr möglichkeit gibt kreativ damit zu arbeiten ich blende euch immer wieder auch paar bilder ein dann sieht man die die unterschiede schon schon sehr sehr deutlich ein weiterer punkt den ich echt gut finde und es ist verrückt dass man jetzt 2022 über sowas spreche die geglich blende hat zum einen ein bisschen eine neue form aber auch an das material ist stärker also dicker auf gut deutsch spartisch es ist dicker fester geworden verrückt eigentlich weil das jetzt kein punkt gewesen wäre über das muss ich eigentlich so gedanken gemacht aber wenn man es vergleicht dann ist sie wesentlich stabiler dadurch also guckt euch gerne die unterschiede an ich denke auch das hat damit was zu tun 24 70 70 ist so klassischerweise objektiv für nahezu alles so landschaften hochzeiten people alles und dementsprechend muss es eigentlich auch robust sein und ich glaube dass man deswegen die geglich blende er verbessert hat weil kann bestimmt auch mehr kinetische energie aufnehmen so ein punkt daneben gibt es noch so kleine eingriff kann man zum beispiel filter verändern oder halte polfilter drehen während die gegelblende drauf ist au mega bevor wir jetzt gleich zu anergehen noch ein letzter effekt die blende hat sich tatsächlich ändert also die einfach neu dadurch also neue form dadurch soll es bokeh noch schöner noch softer noch runder sein auf ich habe mal ein paar bilder gemacht ja man sieht schon eine veränderung mir frage aber gleich mal an was sie so jetzt aus der praxis so so denkt da habe ich noch wo ich jetzt gerade ja nichts sehe weil du ja auch hier gerade die kamera ja so halt und mit mit deinen finger vielleicht kennst du das so bei viele objektive ist manchmal der abstand zwischen griff und objektiv sehr sehr klein und wenn man jetzt noch mal immer die wenn man die wurschtfinger hat dann ist das bestimmt auch problematisch gerade weil das objektiv jetzt ja auch kleiner geworden ist ist aber trotzdem das hintere teil immer noch ähnlich das heißt also grifftechnisch nahezu gleich obwohl es objektiv ein bisschen kleiner geworden ist jetzt gucken wir mal also an hat das schon mal 24 70 auf fotografiert schon fast 20 jahre ok ok und dazu versprungweide gewechselt richtig genau genau ok wie bisch wie bisch happy somit mit der allgemeinen performance und so oder also was mir als erstes aufgefallen ist es klingt so wie verhör aber jetzt einfach mal so deine also als erstes mir auf das ist schön leicht ist also gerade als frau ist natürlich merkt man das schnell wenn man dann irgendwie an der hochzeit 16 stunden lang ein objektiv in der hand hat es ist natürlich so immer von vorteil dass wenn man wenn man irgendwie an der stelle ist wo man nicht weiter fordert zurück kann dass man nicht stört und objektiv halt einfach bewegen kann deswegen ich bin auch total happy mit der schärfe mit allem mit fokus ist alles super gut mitgegangen du bist ja auch sonst mit einer a9 unterwegs dementsprechend weißt du was so fokustechnisch wie war es zu lauf hat also finde ich cool also auch gut dass das du das dass du das so sagt ich habe auch ähnlich so die erfahrung macht du hast jetzt die blende nicht am objektiv selber eingestellt sondern du hast auf also auf der ja das ist quasi an die kamera und ich stelle hinten genau und du hast es auch gelockt ich habe es gelockt weil ich schon ein sony objektiv habt ist es auch hat und es mir da tatsächlich schon passiert ist dass ich ausversehen drangekommen bin ich wundere was jetzt warum das jetzt so komisch aussieht und finde ich ziemlich cool das ist nicht ausversehen rausspringt was hammer wäre so jetzt meine persönliche ding wenn man die blende zum beispiel auch 28 am objektiv feststellt und da locken könnte wäre natürlich auch der hammer ja man kann es nur auf automatik genau belegst du diese taste nein tatsächlich nicht okay ich stimme ich auch kleine änderung zum einer tasche ja hier und so auf der seite wie auch oben das heißt wenn ich die kamera mal kurz nehmen kann du könnt jetzt zum beispiel augeautofokus hier drauf legen oder irgendeine andere fokus geschichte und wenn du die kamera so falsch kannst du diesen diesen diese taste erreiche und wenn du hochkant fotografierst dann auch raffiniert ist cool das werde ich auf jeden fall umsetzen ich habe gesehen du hast ja auch mal noch so bisschen diese kleine lämpel ist mit ins bild genommen ja um einfach so tiefer reinzukriege oder also ich genau ich teste es gern gerade auch da ich gerne mit flares und zur arbeit ja auch draußen mit der sonne abend sonne et cetera und dann wollte ich einfach testen wie sich das objektiv verhält wenn ich 24 wenn ich auf 70 fotografieren so und kann man kann man sagen dass man so lichtmäßig also dass man irgendwelche flares oder oder reflexe oder sowas hat eher weniger okay also halte ich jetzt für gut oder schlecht es kommt darauf an für was man es nutzt also wenn ich jetzt natürlich draußen eine sonne haben will die volle kanne aber ich meine hilft sich ein porträtphograf ja mit anderen sachen ja okay die nicht unbedingt objektiv dran sind also von dem her aber also die unschärfe und diese lichter also es geht schon aber wird jetzt vielleicht auch mit noch offenere blende noch besser gehen also das ist klar aber ja aber sonst schön schön soft schön gut zu bedienen also auch hier diese smooth funktion hast du jetzt auch habe ich träne okay man könnte es noch oft teilt aber mir für mich das gut kann gut drehen das verrückte ist ja dass diese linse ja krass technisch perfekt sind was ja wirklich schön ist hier und da vielleicht auch in deiner arbeit will man ja auch vielleicht so bisschen charakter drin habe das ist so nicht perfekt ist aber klar wie du schon sagst da behilft man sich dann eben mit okay du grinst schon jeder linsen hersteller kriegt die krise aber es geht auch anders perfekte vergütung weißt du perfekte vergütung dann komme ich und mir ne aber perfekt sehr authentisch super dann würde ich jetzt sagen wir machen noch ein bisschen paar bilder für uns danke für die eindrücke auf jeden fall sehr viel wert was gemacht und ja wir sehen uns auf jeden fall wieder wahrscheinlich schon sogar die tage vielleicht auch noch mal mit an und ich sage schon mal tschüss an dieser stelle ein